Wir sind in der Zeit dazu, Carinthia! 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 Musik 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 Mit der Gitarre als Gast, Robby Musselpiegler, Anne Bossaune, Christian Rauber, Anna Dommede, Karl Pummi 4 und auf der Liste der anderen, Martin Fuss, Harry Sokal, Thomas Kucki, Jomino Blue, Jacqueline Patricio, Osmar Gürti und last but not least, Randy Brecker. Schlagzeug, Harry Wernherzka, der Kasch, Christian Mühlbacher. Musik 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 Das war Kerstin des Musikgenauzons in Wien und der Lernung von Georg Kuhli. Danke, danke, die CD gibt es vorne links, nehmt es mir ab, ich bin froh, dass ich es nicht handführen muss. Danke, ciao, wir sehen uns. So, meine Damen und Herren, wir bedanken uns noch einmal herzlich für diesen wunderbaren Musikgenauz. Danke schön, Robert Waldner. Hüpper, Sachs, meine Damen und Herren, das war höchste Musikqualität und das war auch höchste Musikkompetenz. Und ich denke, es war eine sehr, sehr gute Idee, dass wir mit dieser Formation gleichzeitig mit dem großen Wiener Jungenorchester das Wiener Donauinselfest eröffnet haben. Die CDs, die kriegen Sie da drüben und ich denke, jeder von Ihnen sollte auch eine besitzen zu Hause. Und wir waren auf demきessenen... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020